Hallo, bonjour, ni hao, herzlich willkommen am Sandvorderstrand in Holland. Willkommen an der Sandvorderstrand in The Netherlands mit einem Action Haul. Und ich zeige euch, was ich mir Schönes geholt habe im Action in Harlem. Da haben wir einmal hier diese entzückende Disney Princess Karte, die ich total schön gestaltet finde. Die hat so ein bisschen Comic Style, was ich richtig cool finde. Und da ist auch so ein schöner Umstack dabei mit so süßen Krönchen noch drauf. Dann muss da natürlich wieder eine von der Eiskönigin mit. Dann habe ich noch hier diese süßen Disney Princess Karten entdeckt. Einmal mit der Belle von Schöne und das Biest und einmal mit Rapunzel. Und die sind total schön und da sind jeweils 10 Kärtchen drin mit 10 süßen kleinen Umschlägen. Dann haben wir noch dieses süße kleine Entchen und süße kleine Küken, das im Stiefel drin ist. Dann habe ich noch hier diesen süßen Lutscher entdeckt mit Tutti Frutti Geschmack. Dann habe ich noch diesen schönen Lutscher hier entdeckt mit der Meerjungfrau. Mit Strawberry Geschmack, mit Erdbeer Geschmack. Dann habe ich wieder Blöcke entdeckt. Einmal diesen Lux Paper Block. Und einmal diesen hier, den ich besonders süß finde. Dann habe ich diese Blöcke hier entdeckt. Da habe ich einmal dieses Designer Pad entdeckt mit Holografik, wo 24 Stück drin sind. Und einmal eines mit meiner Lieblingsfarbe. Dann haben wir einmal den Glamour Chic Block mit 30 Bögen. 3x10 verschiedenen Designs. 3x10 verschiedenen Designs, den ich auch sehr schön gestaltet finde. Und dann haben wir einmal den Day2Dream Block mit 30 Bögen, jeweils mit 3 verschiedenen 10 Designs. Finde ich auch total süß. Dann habe ich einmal dieses hier entdeckt, was mir total gut gefiel, was ich mir mitgenommen habe. Ich habe einmal Best Furry Friends. Das sind so Sammelfigürchen. Und ich glaube, hier ist ein Überraschungsfigürchen drin. Und hier sind so ein kleines Täschchen noch mit dabei. Und hier hinten drauf könnt ihr sehen, was man alles sammeln kann. Zum Schluss habe ich noch dieses Spa Festival Classic, was mir total gut gefallen hat, weil das diesen tollen Circus Style hat und mit diesen süßen Einhörnern. Und da haben wir einmal eine Sweet Cotton Candy Body Lotion dabei mit 120ml. Und einmal ein Best in Shower Gel für 120ml. Ein Duschgel und ein Parfümnis noch mit dabei. Und das gefiel mir super gut und es war ganz preiswert gewesen, dass ich mir das mitgenommen habe. Ich finde es auch total süß gestaltet. Und zu guter Letzt haben wir uns eine Kohle Energy gegönnt. Für 0,69 Cent. Ich hoffe, mein Action Haul am Sandvorter Strand hat euch gut gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ich wünsche euch alles Liebe. Eure Kitschiko. Bleib schön Kitschig. Keep Kitschig. 3 G Boys 2 3 2 4 5 6